Das Wir der Landeskrankenhäuser, das sind alle Mitarbeitenden. Wir sind ungefähr 5000 Mitarbeitende, quer durch alle Berufsgruppen, quer durch alle Hierarchien, die an einem Strang ziehen und für uns ist das Allerwichtigste für die Vorarlberger und Vorarlbergerinnen tagtäglich rund um die Uhr zur Verfügung zu stehen. Ein großes Unternehmen wie das der Vorarlberger Landeskrankenhäuser ist wie ein großes Uhrwerk. Jedes Zahnrad ist wesentlich und ist wichtig. Wir möchten in diesem Zusammenhang einfach Danke sagen allen Mitarbeitern für diesen unglaublichen Einsatz, nicht zuletzt auch in der Pandemie, sondern immer tagtäglich für alle in der Vorarlberger Bevölkerung da zu sein. Die Vorarlberger Landeskrankenhäuser sind ein Dienstleistungsunternehmen und Dienstleistungsunternehmen funktionieren nur, wenn man gutes Personal hat und genügend Personal hat. Das ist unser höchstes Bestreben auch in Zukunft dafür zu sorgen, dass die Mitarbeitenden gute Rahmenbedingungen haben. Das beginnt natürlich mit einer guten Bezahlung, geht über Kinderbetreuung, auch die Möglichkeit Wohnraum zur Verfügung zu stellen, auch Perspektiven anzubieten, Ausbildungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten anzubieten und wir versuchen hier ein Gesamtpaket immer auch weiterzuentwickeln, um auch für die Zukunft hier bestens gerüstet zu sein. Für uns ist wichtig, das System auch für die Zukunft so aufzustellen, dass wir immer genügend Mitarbeiter haben und so haben wir auch die Kooperation zwischen den Krankenhäusern massiv intensiviert, beispielsweise die Kooperation zwischen dem Schwerbruck Krankenhaus in Vellkirch und dem Landeskrankenhaus Bludens, aber auch die Kooperation zwischen dem Krankenhaus Regens und dem Krankenhaus in Hohenems und hier versuchen wir immer mehr zu vernetzen, immer mehr zu spezialisieren, die Menschen immer mehr miteinander auch in Kontakt zu bringen und so glauben wir auch für die Zukunft in diesem großen Unternehmen auch eine gute familiäre Atmosphäre für Patienten, wie auch für Mitarbeiter zu schaffen. Im Zuge der Präsentation des Geschäftsberichtes 2022 der Vorarlberger Landeskrankenhäuser möchten wir uns von ganzem Herzen bei allen Mitarbeitenden bedanken für diesen großen Einsatz und dieser große Einsatz ermöglicht es uns, einen Geschäftsbericht zu verfassen, um all die Leistungen nach außen tragen zu können. Lass natürlich auch Danke sagen mit einem Zitat, das mich schon seit vielen Jahren sehr berührt, ein Zitat von Viktor Frankl, der sagt, das Herz ist viel weitsichtiger als der Verstand je scharfsinnig sein kann. Danke sehr.